Hallo, World! Hi, Leute! Ja, nach meinem ersten kurzen Video will ich nochmal etwas tiefer eintauchen in die Geschichte mit dem Trump-Anschlag, dem angeblichen. Momentan fliegen einem die Sachen ja nur so um die Ohren, im wahrsten Sinne des Wortes, und ich probiere halbwegs hinterher zu kommen zeitlich. Auch das hier ist jetzt mit einer sehr heißen Nadel gestrickt, ich probiere einfach die Sachen grob einzuordnen, und es ist jetzt keine hochforensische, hochprofessionelle wissenschaftliche Analyse, sondern einfach meine Sicht der Dinge. Ja, also steigen wir mal ein in der groben Meta-Analyse, ich meine in dem gesamten medialen Konstrukt, um das Ereignis herum, da unterschiedliche Narrative erkannt zu haben, an die die jeweilige Zielgruppe ja zu glauben hat, sagen wir mal, und egal an welches ihr glaubt und was ihr euch auswählt, ihr seid mit jedem dieser Narrative auf dem vollkommenen Holzweg, befürchte ich. Zuerst gibt es natürlich die Mainstream-Story, das normale Wahlfolgt, soll die einfach fressen, wo es einfach ein Einzeltäter war und der Secret Service versagt hat, kann ja auch mal passieren. Der wollte Trump wirklich beschützen, dieser Secret Service, nur hat hier halt mal nicht hingeguckt, einen Fehler gemacht, aber bloß keine irren Verschwörungstheorien aufstellen, das ist die Mainstream-Story und die stellt auch moralisch klar, ja, das ging gar nicht, Gewalt ist kein probates Mittel, aber die Empörung hält sich dann doch ein bisschen mehr in Grenzen, wenn es jetzt ein Linker oder ein Schwarzer ist, der zum Opfer wird und der von einem Rechten angeschossen werden würde. Und genau an diesem Punkt wird das fast genauso lächerliche Boomer altkonservativen Narrativ ansetzen, dass die gesamte Story auch nicht hinterfragt, aber sich darauf konzentriert, wie heuchlerisch der linke Mainstream doch berichtet und dass man sich doch insgeheim eigentlich wünscht, dass Trump gestorben wäre, so werden die Vorwürfe lauten, wo also nach allem gesucht wird, wo man dem Mainstream irgendwo eine heimliche Freude über das Ganze unterstellen kann. Gleichzeitig wird natürlich abgefeiert, wie heroisch Trump da wieder aufgestanden ist und wie er damit jetzt schon die Präsidentschaft gesichert hat. Das ist also die zweite Ebene nach dem Mainstream, die ja fast genauso lächerlich ist. Für diesen konservativen Mainstream hat man da ein paar schöne Triggerpunkte eingebaut, an denen sich die Rechten a la Julian Reichelt munter abarbeiten können, zum Beispiel, dass Trump von Frauen beschützt wurde, wo das doch ein Männerjob ist. Frauen sind ja gar nicht dafür geeignet, wird es heißen. Die Linken werden wiederum sagen, es hätte gar nichts damit zu tun, dass Frauen hier verantwortlich waren. Das sei wieder nur eine Kampagne der Rechten und die Rechten werden wiederum sagen, doch, da ist was dran, Biden hätte da eine Frauenquote durchgesetzt und Trumps Leben so riskiert. Und das wird alles davon ablenken, dass es eh alles nur eine Show war. Meiner Meinung nach komme ich gleich zu, warum das für mich so ist. Ebenfalls wird es natürlich wieder darum gehen, ob Waffen verboten werden sollen oder nicht. Das ist dann mehr was für Amerika, weil der konservative Mainstream in Deutschland eh schon so zahm ist, dass Waffen nicht mal ein Thema sind. Und ja, ich bin auch für das Second Amendment, aber man wird sich da halt auf diese üblichen Themen stürzen, um vom großen Elefanten im Raum abzulenken, auf den ich gleich kommen werde, nämlich, dass das Ereignis selber nicht authentisch wirkt, meiner Meinung nach. Der Schütze hatte auch ein Merchandise-T-Shirt des größten amerikanischen Waffen-Youtubers Demolition Ranch oder soll eins getragen haben. Es liegen mir jetzt keine Bilder vor. Man hat in die Story also alle möglichen Sollbruchstellen eingebaut, die für gehörig medialen Sprengstoff sorgen, an denen sich die üblichen Systemmedien von links wie rechts abarbeiten können, so meine Einschätzung. So, dann hat sich aber natürlich ein neues großes Lager gebildet im Internet, vor allem im Internet. Das große Erwachen, von dem ich hier auch immer wieder spreche, das ist dann die dritte Ebene des Narrativs, auf der man aber ebenso auf dem Holzweg ist. Die kritischere konservative Internet-Bubble, sag ich mal, bekommt jetzt nämlich die Deep-State-Verschwörungstheorie gefüttert, dass hier also ein Komplott am Laufen war gegen den Retter Donald Trump, der Amerika wieder groß machen wird, dass der Secret Service hier sogar extra weggeschaut hat und den Schützen ignoriert hat, der vielleicht sogar selber noch vom Deep-State auf das Dach gesetzt wurde, denn eins ist ja klar, der Deep-State würde, um Trump umzubringen, bestimmt auf einen schmächtigen 20-Jährigen setzen, der Trump dann auch noch verfehlt. Der allmächtige Deep-State würde also bestimmt nicht die absolute Elite auswählen, um sowas durchzuführen. Ja, der hätte bestimmt auch keine anderen Möglichkeiten, Trump auch sonst aus dem Weg zu räumen, auf anderem Weg, wenn er ihm irgendwie unangenehm wäre. Das macht nicht so richtig Sinn. Wobei man ja auch sagen muss, das waren so 180 Meter Abstand auf ein unbewegliches Ziel, Aus der Distanz könnte auch ein guter Hobbyschütze ganz gut treffen, aber selbst das hat nicht so richtig geklappt. Tja, wenn man Trump aus minimaler Distanz dann auch nur am Ohr trifft, dann ist das eigentlich nur mit göttlicher Intervention zu erklären, mit einem Wunder. Und genau dieses Narrativ geht jetzt auch viral im alternativen Internet-Mainstream. Da trifft es sich nämlich gut, dass ein großer Teil der Trump-Supporter evangelikale Freaks sind, meiner Meinung nach, die eh an sowas glauben, die man locker in dieser Geschichte einspannen kann und sie so ruhig stellen kann, weil wenn etwas keinen Sinn ergibt, dann ist ja immer noch Gott da, der da seine Wunder vollbringt. Und siehe da, Trump schreibt selber in den sozialen Netzwerken, dass es Gott höchstpersönlich war, der es verhindert hat. Wer hätte es gedacht? Etwas, was jetzt auch extrem im alternativen Mainstream verbreitet werden wird, von den üblichen Verdächtigen, Alex Jones und so weiter, alle, die ich eben als Akteure beim großen Erwachen schon vorher genannt habe, die sind jetzt da schon fleißig dabei, was ich irgendwo auf eine bittere Art lustig finde, weil nach offiziellem Narrativ, das ich zwar nicht glaube, aber ja, da soll ein anderer Mensch gestorben sein, also mag Gott quasi Politiker lieber als normale Menschen und hat die Kugeln deshalb zu einem von den normalen Leuten geschickt. Und ja, auch in der sonstigen Berichterstattung bekommt das Opfer zwar sein Beileid, ja, aber es geht schon sehr unter, weil ist doch klar, das Leben von den Übermenschen aus der Politik, die jeden Tag unser Leben retten, ist doch eine Million Mal mehr wert, als das Leben von irgend so einem Madenmenschen, um Dr. Seuch zu zitieren. Ich bezeichne die Person jetzt nicht so und sag das mal so provokant, um es auf den Punkt zu bringen. Ich meine, so kommt es doch manchmal ein bisschen rüber. Und eigentlich war der Ansatz von vielen Aufklärern ja früher, gegen Politiker zu sein und sie als Gauner zu sehen, wie zum Beispiel Hans-Hermann Hoppe oder Roland Bader das gesagt haben. Davon ist bei vielen jetzt nicht mehr viel übrig. Ein Autor namens Larkin Rose hat Politik mal als die gefährlichste aller Religionen bezeichnet. Mittlerweile sind viele dieser Religionen wieder verfallen, habe ich das Gefühl. Also Trump hat überlebt und ja, er wird uns alle retten. Und der andere Mensch da, der höchstwahrscheinlich kein Gauner war wie Trump, der geht natürlich vollkommen unter. So kommt es für mich rüber. Das aber nur am Rande, weil die Frage ist hier eh, was man an diesem laienhaften Schauspiel überhaupt glauben soll, so meine Einschätzung. Also wie schafft man es überhaupt, mit fünf Schüssen erst Trump nur am Ohr zu treffen und dann nochmal so krass daneben zu hauen, um mit den weiteren Schüssen eine Person zu töten und zwei weitere zu verletzen, wie es heißt. Das hat schon ein bisschen das Flair von der magischen Kugel bei Kennedy und soll mir bitte mal erklärt werden, allein schon aus dem Winkel nur das Ohr zu erwischen, ist sehr kühn als Behauptung, sag ich mal. Aber vielleicht hat auch hier einfach ja Gott die Kugel gelenkt, der ja Politiker liebt und normale Menschen nicht so mag. Also die Fehlschüsse danach, die ja sonst wohin gehen können, das haben Fehlschüsse nun mal so an sich, die sollen ausgerechnet aus Versehen so präzise gewesen sein, dass sie direkt jemanden tödlich in den Kopf getroffen haben. Ich meine, sorry, das ist doch wie, ja fast in der Slapstick-Komödie und geht hinten und vorne nicht auf, finde ich. Und es hieß hier kurz am Anfang, das an Trumps Ohr war doch keine Kugel, sondern ein Splitter vom Teleprompter, der ihn da getroffen hat, der da hingeflogen ist. Aber ja, wo stand dann dieser Teleprompter überhaupt, frage ich mich. Und inzwischen ist dann die Teleprompter-Story auch wieder verschwunden. Das wirkt alles sehr suspekt und ich würde tippen, sowas wird einfach mal kommuniziert, um ein bisschen Verwirrung zu stiften, damit am Ende keiner mehr weiß, was hier eigentlich los ist. Auch, dass ihm das Blut dann auf die Backe spritzt, wo er seitlich ins Ohr getroffen wird, ohne dass es aber gleichzeitig einen Teil seines Kopfes erwischt, aus dem Winkel. Wie viel Blut soll überhaupt spritzen bei einem Ohr, wo doch gar nicht so viel Blut in einem Ohr fließt? Also gibt es das überhaupt her an Blutmenge? Ich weiß ja nicht, manche vermuten da eine Blutkapsel. Ein letztes Urteil will ich da nicht fällen, halte es aber für nicht so unwahrscheinlich. Und ich sehe da auch wirklich nirgendwo, wie sonst jemand getroffen wurde, weil da müssten sich ja auch sofort die Leute draufstürzen, um der Person zu helfen. Ich erkenne das nicht auf den Aufnahmen. Vielleicht wurde da einfach nur was an die Presse kommuniziert. Sowas ist ja wohl möglich, obwohl sich die meisten ja das nicht vorstellen können. Es gab dann jemand, Blutüberströmten, der interviewt wurde, der meinte, er habe einem Opfer geholfen. Auch das wirkte für mich persönlich gestellt. Das ist nur meine Meinung. Wir kennen diese Ereignisse, wo einfach in der Vergangenheit offensichtlich diese Krisenschauspieler bereitstanden. Inzwischen kann man ja fast sagen, dass mit diesem David Hawk da eigentlich schon ein Krisenschauspieler geoutet wurde, so billig, wie das damals gemacht wurde. Aber machen wir es kurz. Ich bin kein Forensiker. Vielleicht ist diese Meinung hier nicht professionell und ich habe die Wahrheit sicher nicht gepachtet. Wenn ihr den Stuss glauben wollt, dann tut das. Ich habe da eben eine andere Meinung. Wir müssen uns bei all dem natürlich trotzdem der Gretchenfrage nähern, was wirklich passiert ist. Ich gehe stark von der Inszenierung aus, bei der Trump auch voll eingeweiht war. Das sage ich jetzt mal ganz unverfroren, denn für Trump lief ja alles so gut. Man hätte es nicht besser planen können. Wo fangen wir da an? Ja, allein dieses heroische, absolut perfekt geschossene Foto danach mit auch noch genau der US-Flagge darüber. Ja, da hat einfach alles gepasst. Fast ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Aber gut, was soll man auch machen, wenn man Gott an seiner Seite hat? Gut, ob es wirklich Gott ist. Schaut man da mal auf die Sterne auf der Flagge, in welcher Position die da stehen. Fast so, als seien sie umgedreht. Ja, könnte auch Zufall sein, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Ja, perfekt in Szene gesetzt von dem AP-Fotojournalisten Evan Wucci, der damit wahrscheinlich kurzerhand zum Millionär wurde. Also nicht nur Trump konnte Profit schlagen, sondern auch Fotografen der Nachrichtenagenturen. Auch da muss man sich mal die Frage stellen, wie die Security es überhaupt erlauben konnte, dass Trump dann noch paar Sekunden auf der Bühne stand und sich bejubeln lassen konnte. Ich würde da mal erwarten, dass es das Protokoll ist, ihn in Windeseile da wegzubringen. Er stand da aber noch mehrere Sekunden, wo man diese Fotos machen konnte. Und es kam auch sehr gelegen, dass ausgerechnet die kleine Security-Beamtin vor Trump steht und auf die Knie geht, damit Trump nicht verdeckt ist, was auch super ist und sehr professionell, weil da hätte der Schütze ja nochmal freie Bahn gehabt. Nur das Gute ist, da können sich die Altkonservativen ja draufstürzen, dass Frauen für den Job nicht geeignet sind. Sehe ich übrigens auch so, aber das interessiert mich dann weniger, wenn ich halt auf 20 anderen Ebenen verarscht werde. Dann fiel mir noch auf, dass das Ganze ja verdächtig mit dieser Enough-is-Enough-Karte aus dem Illuminati-Kartenspiel kollidiert, wie im vorherigen Video schon erklärt. Und es gibt echt eine Szene, da brüllt Trump in die Kamera, dass es fast eins zu eins aussieht wie diese Karte, inklusive diesem Streifen da, wo man sagen könnte, das Blut auf Trumps Backe ist genau dort, wo dieser Streifen auf der Karte ist. Das ist natürlich auch eine lose Vermutung von mir, aber ich gebe euch halt alles, was mir so auffällt. Tja, und als kritische Menschen hat man uns da meiner Meinung nach geködert, denn sofort war ein Zeuge da, den man interviewen konnte. Da haben wir also hier den roten Esau, der uns versichert, dass er gesehen hat, wie der Täter zwei, drei Minuten gemütlich das Dach hochkam und keiner vom Secret Service reagiert hat, obwohl er selber panisch gewunken hätte. Es gab auch noch einen anderen Zeugen, der im Wesentlichen dasselbe erzählt hat, der meiner Meinung nach kein zu guter Schauspieler war und sich ziemlich zusammenreißen musste, sieht man so im Video, finde ich. Aber klar, Leute haben den Täter Minuten vorher gesehen und sogar die Sicherheitskräfte darauf hingewiesen, was uns vermittelt, das kann doch gar nicht sein, das muss doch mit Vorsatz gewesen sein. Ergo, Agenten im Secret Service für den Deep State haben da wohl weggeschaut, um den Antiglobalisten Trump endlich aus dem Weg zu räumen, das wurde einem ja nur so aufs Auge gedrückt, dass man in die Richtung denken soll, was natürlich auch die beste Wahlwerbung ist, die man sich vorstellen kann, wenn man als der absolute Feind des Establishments dasteht, der sogar knapp ein Attentat überlebt. Aber klar, der Deep State ist leider eine verplante Comedy-Truppe und hat dann doch nur, als es drauf ankam, einen 20-Jährigen hochgeschickt, anstatt einfach den American Sniper zu bringen, den besten Scharfschützen, den man hat. Ja, der war wohl gerade verhindert. Dann natürlich der blutverschmierte Zeuge, der wieder gut gewählt ist, meiner Meinung nach, weil auch daraus wird man ein Politikum machen können, dass ein Schwarzer sich auf einer Trump-Rallye befindet und sogar noch probiert, Leuten das Leben zu retten, wo Trump doch im Mainstream als böser Rassist gebranntmarkt ist. Egal, wo man da auch hinschaut bei dem Event, Trump konnte im Wahlkampf gegen den eh vollkommen unzurechnungsfähigen Joe Biden nichts Besseres passieren als das. Wobei eben das jetzt schon feststeht, behaupten viele, was ich eh schon von Anfang an gesagt habe, er wird Präsident werden und wenn er es nicht wird, dann wird sich zumindest ein Riesendrama darum entfalten, warum er es nicht wurde, das vielleicht bis zum Bürgerkrieg in den USA führen kann. Ja, auch das kaufe ich nicht mit dem Blut auf dem Hemd. Das wirkt so, als wollte man das einfach optisch untermauern. Hey, schaut mal hin, hier ist wirklich jemand gestorben. Schaut doch mal auf das Blut, das ist doch Blut, das ist doch total offensichtlich. Auch das nur meine Meinung. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf den Schützen, der, wie es in diesen Fällen doch allzu oft geschieht, nicht mehr am Leben ist und sich so nicht mehr verplaudern kann. Die Sniper des Secret Service sollen ihn also dann innerhalb von Sekunden präzise durchlöchert haben, obwohl sie ihn ja gemütlich zugeschaut haben, wie er sich positionieren konnte, während mehrere Leute gewinkt und gewarnt haben. Na klar, aber wie gesagt, selbst die Ebene kaufe ich nicht ab, weil es gab kein Deep State Komplott gegen Trump. Also wir haben es bei dieser Verschwörungstheorie vom Let it happen on purpose, wo der Secret Service also vorsätzlich weggeschaut haben soll oder auch bei der Geschichte, dass der Täter auch noch vom Deep State gekommen ist, wie auch immer, da haben wir es mit einem sogenannten Co-Mythos zu tun, so hat das Gerhard Wisniewski mal bezeichnet. Perfektes Beispiel für einen Co-Mythos, der das offizielle Narrativ quasi festklopft, ist zum Beispiel die lächerliche Räuberpistole Corona komme aus einem Labor, weil wenn ihr das glaubt, es hätte überhaupt ein Virus gegeben, dann rechtfertigt das viel, was die Politik daraufhin unternommen hat und diese Corona-Geschichte wird dann dadurch etabliert. Genauso ist es, wenn man behauptet, Saudi-Arabien stecke hinter 9-11, weil es das offizielle Narrativ bestätigt, 9-11 sei ein muslimischer Terroranschlag gewesen, wo man mit zwei Flugzeugen drei Gebäude zerstören konnte. Auch das ein perfekter Co-Mythos, also eine softe Verschwörungstheorie, die die offizielle Version eigentlich bestätigt, wenn man genau hinschaut. Oder nun eben, wenn man bei einem angeblichen Attentat erzählt, der Täter habe sich in Stellung bringen können, obwohl der Secret Service ihn im Blick hatte, weil das festigt in euren Köpfen die Idee, es gäbe wirklich einen Täter und jemand habe überhaupt geschossen und ihr kommt nicht auf die Idee, dass das alles eine Inszenierung war. Das auch wieder nur meine Meinung. Der Täter soll also ein gewisser 20-jähriger Pimpf namens Thomas Matthew Crooks gewesen sein, auch interessanter biblischer Name, also die zwei Aposteln Thomas und Matthäus, die Crooks sind, also Verbrecher, muss auch nichts heißen, ich erwähne halt einfach alles, was mir so auffällt. Jemand, der sehr dem Prototyp Amokläufer entspricht, den wir in den vergangenen Jahren so oft gesehen haben, wie zum Beispiel auch diesen Adam Lanza bei Sandy Hook oder auch der Typ aus Winnenden, Tim Kretschmer hieß der, in der Schule gemobbt und der Inbegriff eines halben Hemds, so kommt es rüber, natürlich ist Thomas Matthew Crooks genehmerweise tot und kann nicht mehr plaudern und es heißt nun, er soll sogar noch den Demokraten 15 Dollar gespendet haben, auch diese Nummer kennen wir schon, dass die Amokläufer oder Amokschützen vorher noch bestimmten Gruppen oder Personen was spenden, die politisch nicht so ganz genehm sind, so war das bei Martin Sellner und dem Amokläufer da aus Neuseeland, wo Sellner natürlich nichts dafür konnte, dass ihm jemand vorher was spendet und jetzt haben wir es halt andersherum für die rechte Seite, angenehmerweise konnte man Mr. Crooks direkt diese Spende an die Demokraten nachweisen, auch das wieder perfekte Wahlwerbung für Trump, weil so denkt man, es wäre eine Verschwörung der Demokraten gegen ihn gewesen. Als nächstes göttliches Wunder haben wir einen evangelikalen Pastor namens Brandon Biggs, der uns also vor drei Monaten schon angekündigt hat, dass man Trump ins Ohr schießen würde. Da der jetzt nicht so bekannt ist, könnte man sagen, er ist halt einer von Millionen, der mal zufällig was richtig getippt hat. Trotzdem ist es wirklich schwer, sowas irgendwie zu treffen. Würde da eher mal tippen, dass er bestimmte Infos hatte und dass man vielleicht auch mit so einer Person, die relativ unbekannt ist, wieder die unglaubliche Voraussicht und die Überlegenheit des Christentums propagieren will, damit diese Endzeit-Show noch populärer und authentischer wird. Komischerweise sagt Mr. Biggs, dass in dem YouTube-Video am Zeitstempel 11 Minuten 6 Sekunden, also 666 Sekunden, er sagt, Zitat, ich sah, wie ein Anschlag auf Trump verübt wurde. Die Kugel flog an seinem Ohr vorbei und kam so nah an seinen Kopf, dass sie sein Trommelfeld zertrümmerte und ich sah, wie er in dieser Zeit auf die Knie fiel und begann, den Herrn anzubeten, Zitat Ende. Also sogar Trumps noch radikalere Hinwendung zum Christentum, die er auch wirklich jetzt anzustehen scheint, hat er so vorweggenommen. Kann natürlich auch sein, dass der Mann irgendwie instrumentalisiert wird und man hat eher einen Unbekannten genommen, um das zu inszenieren, wo der Typ selber gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Zumindest ist man halt als Endzeit-Christ eh in so eine Richtung manipulierbar, weil man glaubt, das sei eh alles schon vorbestimmt, weshalb es jetzt natürlich auch überall heißen wird, ja, das war übersinnlich und ein Zeichen Gottes, dass da Trump nichts geschehen ist. Ich glaub das alles natürlich selber nicht, das hab ich ja auch schon zur Genüge dargelegt. Dann auch sehr interessant, hinter Trump stand ein bekannter QAnon-Anhänger namens Vincent Fusker, ausgerechnet der Q-Typ, von dem die Geschichte verbreitet wurde, dass er Robert Kennedy oder John F. Kennedy Jr. sei, also dieser Kennedy sei noch am Leben und wollte den Deep State besiegen, unter dem Pseudonym Vincent Fusker. Ja, den Schwachsinn kann sich echt keiner ausdenken, wobei man kann's offensichtlich schon, nur dass es jemand glaubt, ist echt nicht auszudenken. Wo man natürlich dann eine Verbindung herstellt zu John F. Kennedy und dem Scharfschützen damals und auch wieder zur magischen Kugel, die es irgendwie schafft, ja aus dem Winkel nur Trumps Ort zu erwischen, also quasi so ein umgedrehter Kennedy-Mord. Damals war es gefühlt unmöglich, Kennedy zu treffen mit dieser Flinte aus der Bücherei. 2.24 ist es fast unmöglich, Trump nicht zu töten und wenn man ihn nicht tötet, dann ist es doch noch unwahrscheinlicher, dass man ihn nur am Ohr erwischt aus diesem Winkel. Ja, das dazu. Ein weiteres typisches Muster, der Attentäter ist medial schon bekannt, das kennen wir zum Beispiel bei vielen Eltern von Sandy Hook. Da war die Schauspielerquote auffällig hoch und unser Thomas Matthew Crooks war schon vor zwei Jahren ausgerechnet in einem Werbespot von BlackRock zu sehen, was aber auch im QAnon-Narrativ wieder Sinn macht, weil BlackRock gehört ja auch zum Deep State, gegen den Donald Trump kämpfen soll und hat den Schützen da wahrscheinlich schon damals rekrutiert. Nur blöd, dass halt Trump selber beste Beziehung zu BlackRock pflegt und dass man wohl kaum so einen Typ als Schützen rekrutieren würde. Also alles an diesem QAnon-Ding ist das reinste Kartenhaus. Einer der Scharfschützen, der den Täter eigentlich hätte sehen müssen, hatte wieder ein interessantes rotes Armband. Manch einer würde von einem Kaballa-Armband sprechen. Auch interessante Plakate hier hinter Trump, kurz bevor der erste Schuss fällt. angeblich Joe Biden, you are fired und kurz danach wird gefeuert. Ebenso gab es mehrere Leute im Publikum, die interessante Handgesten gemacht haben, als Trump abgeführt wurde. Er war ja auch nicht in Texas, wo das schon üblicher wäre, dass man diese Hörner formt. So, jetzt kommt aber noch der ganz besondere Leckerbissen, den ich sehr eindeutig finde. Trump hat, als er zu Boden ging, seinen Schuh verloren. Das wird mindestens mal behauptet. Die Frage ist jedoch, wie soll sowas überhaupt vonstatten gehen? Ich kann es mir schwer vorstellen, wie das gehen soll. Trump meint, die Agenten hätten ihn so heftig umgehauen, dass die Schuhe weggeflogen sind oder der eine Schuh. Aber erstens sieht das nicht so aus, dass es allzu heftig war und zweitens, selbst wenn, stellt euch vor, ihr lauft auf der Straße entlang und jemand springt euch mit voller Wucht auf euch drauf und haut euch weg. Wie groß ist die Chance, dass eure Schuhe wegfliegen? Ich weiß ja nicht, also verlieren die Spieler beim American Football massenhaft ihre Schuhe oder ist das jetzt vielleicht ein unfairer Vergleich? Ja, auch das finde ich einfach suspekt, nur meine Meinung. Verdächtigerweise sind diese herumstehenden Schuhe ein Motiv, das mir schon bei mehreren Amokläufen oder Terroranschlägen aufgefallen ist. Ich erinnere mich noch an Butter Clan, wo mir das damals in meinen Videos auch ins Auge sprang. Danach kamen auch mehrere weitere Anlässe, wo mir das auffiel. Ich kann jetzt meine Hand nicht mehr darauf legen, aber das ist ein Motiv, das sich durchzieht mit diesen Schuhen. Es ist nur schwer gerade für mich, die Bilder von damals wieder zu finden. Ihr könnt mir das gerne auch nochmal zusenden, wenn ihr euch daran erinnert. Da wurde also ein perfektes Foto geschossen von dem Schuh und Trump hat auch noch nach den sogenannten Schüssen gesagt, let me get my shoes. Und hier könnte das Rätsel Lösung liegen. In der Freimaurerei und auch in anderen okkulten Gruppen gehört das Abnehmen der Schuhe oder eines Schuhes zum Ritual, in dem Sinne, dass man meistens einen Vertrag mit der Loge oder dem okkulten Zirkel abschließt. In der Freimaurerei, die ja eigentlich zutiefst biblisch ist, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen, bezieht man sich auf das Buch Ruth aus dem Alten Testament, Kapitel 4, Vers 7, darin heißt es, Zitat, früher bestand in Israel folgender Brauch. Um ein Löse- oder Tauschgeschäft rechtskräftig zu machen, zog man den Schuh aus und gab ihn seinem Partner. Das galt in Israel als Bestätigung, Zitat Ende. Also relativ eindeutig, es geht um einen Pakt, den man durch den Schuh abschließt, ein Pakt mit der Loge. Und hier ein Freimaurer-Handbuch aus dem Jahr 1861, Zitat, Ehe der aufzunehmende Maurerlehrling in die Loge, in den Tempel Gottes und vor Gott in das Licht treten darf, muss er zuerst den linken Schuh niedertreten oder sollte vielmehr die Schuhe ganz ausziehen, um mit bloßen Füßen der Loge und dem Tempel Gottes Gott zu nahen, indem nach einem uralten, morgenländischen und besonders auch ägyptischen Gebrauche die Priester nur mit bloßen und mit reinen Füßen den Tempel Gottes betreten und deshalb beim Eingange in demselben ihre schmutzigen Schuhe zurücklassen und die Füße reinigen sollten, Zitat Ende. Auch das kennt man ja zum Beispiel aus der Moschee, dass man die Schuhe ausziehen muss und bei Juden ist es auch wohl so, dass man den Tempelberg nicht mit Schuhen betreten sollte, zumindest wenn der Tempel wieder steht, also heiliger Boden darf nicht mit Schuhen betreten werden, aber eben es gibt genauso dieses Ausziehen des einen Schuhes, der dann einen Pakt besiegelt, also das ist definitiv so und ich sehe da einen starken Freimaurerbezug, wenn man den Schuh von Trump also so in den Mittelpunkt stellt, um vielleicht zu unterstreichen, er hat den Pakt geschlossen und gehört der Loge, so könnte man es auslegen. Ja auch noch auffällig, dieser Typ hier im Publikum, der als einer der wenigen aufsteht, der trägt ja ein Shirt aus Ziegeln, also rohen Steinen, im Englischen ist dieser Ziegelbezug etwas klarer, da spricht man von Brick Mason, also einem Maurer oder Ziegelmaurer, das kann im ersten Lehrlingsgrad der Freimaurerei für die rohe, unfertige Persönlichkeit des Eingeweihten stehen, kann auch dafür stehen, dass jemand allgemein ja naiv und dumm ist, eben nicht erleuchtet, sondern ein roher Stein primitive Materie, also, dass man hier also dem Pöbel es quasi unter die Nase reibt, was man von ihm denkt und wie er auch auf dieses Schauspiel hereinfällt. So, meine persönliche Interpretation, hier sieht man zum Beispiel auf einem EU-Plakat, wie die Klotzmenschen, die Söhne Kains, das EU-Parlament bauen, unter dem umgedrehten Stern, unter den Sternen, wie bei der Flagge, die über Trump wehte. Ja, nun, natürlich hat es jede Geheimgesellschaft so an sich, dass man die meisten Mitglieder eben nicht kennt, aber hier hatten wir jetzt zum Beispiel jemanden namens Art del Cueto, was ein Name, der sich in Trumps Umfeld bewegt hat, mit Freimaurer-Patch am Anzug, dann wollte Trump unbedingt, dass die Freimaurer-Statue von Albert Pike in Washington wieder möglichst schnell aufgestellt wird, aber das natürlich sehr oberflächliche Verbindungen, die in Wahrheit viel tiefer gehen werden. Fassen wir zusammen, ausgezogene Schuhe, wie im Freimaurer-Ritual, Bezug zur Arbeit am rohen Stein möglicherweise, Kaballer-Armband möglicherweise, der rote Esau, Trumps Ohr wie Haman, dem das Ohr abgeschnitten wird, die ganzen Vorhersagen, wie eben das mit dem Illuminati-Kartenspiel, oder der Pastor Bix, oder der Schütze mit biblischem Namen, Thomas Matthew Crooks in einem Blackrock-Film, der biblische Bezug mit dem Tier, dem eine Wunde zugefügt wird, all die Protagonisten des großen Erwachens, die genau das erzählen, was ich von ihnen erwartet habe, inklusive Trump selbst, der ja als Gott Gesandter gesehen wird, der Bezug auf Gottes Plan immer, QAnon-Leute, die man mit Kennedy in Verbindung bringt, die ganzen Widersprüche sowieso im offiziellen Narrativ, für mich also ganz klar ein Ritual und auch eine Inszenierung, ein abgekartetes Spiel, aber wenn ihr es anders seht, dann sei das euch gegönnt, zum letzten Mal, es ist nur meine Meinung, in diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Video. Mit 14 in Tangas tanzen, was ich seh, so verkehrt wie die Kreuze auf Pandamasken, täuschen uns ganz gelassen und beuten uns aus wie Ratten, sie sind käuflich und heuchten, denn der Teufel regiert im Schatten, doch heute sind wir bewaffnet, wir zeugen aus dem Verstand, eine neue enorme Kraft, bis die Leute endlich erwachen.